Hallo liebe Videofreunde! Es geht wieder los und zwar werde ich jetzt über das wocheende zu einem stellplatz fahren der schon ganz gut bekannt ist und zwar ist das am f60 bergwerk ehemaliges wo auch geflutet worden ist und das ist schon lange ein geheimtipp gewesen für wohnmobilfahrer aber mittlerweile hat sich das richtig etabliert dort und dort wird wohl auch wie ich das jetzt so gehört habe ich weiß nicht ob es genau stimmt aber ich habe es gehört auch einen campingplatz gebaut und ja ich treffe mich da heute mit den m&ms michaela und michael und zwar haben wir die beiden letztes jahr in st peter ordeen kennengelernt und ja haben mit denen dort ein paar tage verbracht und der kontakt hat sich gehalten was ja nicht immer so der fall ist manchmal verlieren sich ja auch dann die kontakte wieder aber in dem fall hat sich der kontakt wirklich dauerhaft erhalten und das freut mich und jetzt treffen wir uns dort heute abend und bleiben bis sonntag dort und ich schaue mal wie es dann weiter geht ob ich gleich sonntag nach hause fahre oder ob ich noch ein tag an hänge auf jeden fall freue ich mich dass es jetzt wieder losgeht und dass die nächste tour wieder dran ist und ich ein bisschen rauskomme ja also dann werden wir mal loslegen jetzt ja michael ist leider arbeiten der musste gestern wieder arbeiten und die ganze tour wieder fahren diesmal bin ich nicht mitgefahren das nächste mal werde ich wahrscheinlich wieder mitfahren aber dieses man muss sich noch so viel erledigen und machen und tun und da bin ich geblieben ja und deswegen fahre ich heute alleine dorthin ja 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 so jetzt fahr ich hier an dem parkplatz an dem großen bagger das kann doch hier nicht sein und wie stehen die immer am wasser und dann habe ich glücklicherweise noch eine frau getroffen die am eingang arbeitet und die hat mir gesagt nee also da ja das ist ja nicht so ein offizieller wohnmobilstellplatz wird aber geduldet da müssen sie noch ein stück weiterfahren da und da lang und dann kommen sie direkt ans wasser und da fahren sie immer entlang und jetzt hat mir die michael auch nochmal mit der ich gerade telefoniert nochmal erklärt wie ich fahren muss also es geht noch ein kleines stückchen weiter jetzt bin ich mal gespannt und meine scheiben sind so dreckig ich habe es nicht mehr geschafft in der waschanlage zu fahren und habe mich heute hingestellt und habe geschrubbt noch aber so richtig viel gebracht hat das nicht ich muss mir mal so ein fliegen entferner zeug kaufen ich hoffe man kann ein bisschen was sehen also dann geht es mal jetzt weiter dann noch Bis zum nächsten Mal. Cool. 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 ja also ich bin gut angekommen und es ist total schön hier das hätte ich gar nicht so erwartet und ich habe das schon mal so ein bisschen gerade genießen dürfen und ich habe meinen ersten drohnenflug alleine ohne michael absolviert dann hat man auf den go home button gedrückt und dann geht ihr erst mal hoch auf die meter die du eingegeben hast da muss ich noch mal reden dass es vielleicht nicht ganz so hoch ist ich habe die nicht mehr gesehen ich habe die nicht mehr gesehen und da habe ich echt einen halben herzumfang gekriegt ich habe voll schiss gekriegt ja aber sie ist wieder gekommen ja und dann habe ich eigentlich ganz coole aufnahmen gemacht und habe die schön fliegen lassen und habe vergessen auf den film button zu drücken so blöd muss man sein naja also es ist eben immer so dass man noch so ein paar fehlerchen drin hat und man muss sich erst an alles irgendwie gewöhnen und rein fuchseln und dann habe ich halt noch mal neu gestartet und noch mal von vorne angefangen und bisschen rumprobiert und jetzt werden wir mal sehen ob das ein bisschen was geworden ist bin ich mal gespannt ja ich warte jetzt auf die m&ms die kommen nachher müssen noch arbeiten heute und dann werden wir es uns gemütlich machen heute abend also bis später